die und die und die ja dort schlüssel Und dann gehen wir los! Eigentlich sollten wir bei einem roten Buff sein, oder? Ja, keine Ahnung. Von mir aus machen wir den roten Buff. Die anderen machen das wahrscheinlich auch, außer es kommt niemand. Oh ja, die kommen hin. Die kommen alle zum roten Buff. Nach 130 Sekunden. Die Gegner machen das wahrscheinlich auch. Wie viel hatte ich es ja mal so, die dachten sie kommen zu uns. Weil da vielleicht nur 2 oder 3 Leute sind und farmen die ab. Aber in Wirklichkeit sind die dann abgefarmt worden ins komplette Team. Natürlich ein schöner Vorteil. Ich habe am besten den Spieler mit dem Krux. So, und das sind wir jetzt also in der Mitte, oder? Ja, wir gehen Mitte. War ja gesagt, weil wir ja immer so hin und her strutschen. Schauen wir mal wer da ist überhaupt. Dann mögen wir gleich so. Okay, dann äh, machen wir nur die eine Welle und gehen sofort. Kann das sehen. Nämlich. Aber den Wasser lasst gut sein. Wir können den nicht kriegen. Gehen nach links. Die verbringen nix. Der kommt ja nicht her. Lass weg von hier. Nach links. Das ist nur einer. Lass den doch zu zweit holen. Ja, wenn er wirklich da herkommt, aber... Ist der Level 2? Nee, der hüpft doch zurück. Dann lass den zurück. Der stirbt ja nicht. Das kostet nur Zeit. Geh weg. Warte zurück, hol mir eine Karte. Ich bin jetzt schon gut damage gemacht. Ja, er stirbt nicht. Im Gegenteil, der hält uns zwei jetzt auf. Meinst du? Ja sicher. Und wir kriegen keine Punkte. Da bräuchten wir einen Charakter, der den ranziehen kann. Dann... Geh ich mal rechts. Oder sollen wir auch gucken? Komm hinterher. Nehmen keinen Fall. Der haut in den Urwald ab. Ja, das wär eine gute Idee. Wahrscheinlich warten seine Kollegen dort auf uns. Mal schauen. Ah, das ist natürlich gut. Also wenn er einen Sammler machen will, und dann natürlich getötet wird. Aber ja, der geht noch. Leider nicht. Vielleicht... Vielleicht... Na... Zu viel Leben leider. Aber hinter uns, schau. Da ist ja zum Abgreifen... Ah... Ah... Warte... Ah shit, wir sind... Da ist ja ein Dauer dazwischen. Da müssen wir durch den Dschungel durch. Da ist ja... Okay, ich glaube nicht. Nicht da? Ah... Dann ist er wieder... 3 Alpha kommt... Der ist auch wieder weg, hätte das auch nichts zum Ausrichten. Ja leider, leider. Das ist halt was anderes als die Dings, ne? Ja, das war der Fall. Jetzt, die Mitte schaut besser aus. Ja, hat er mich trotzdem... Da könnten wir jetzt theoretisch einen Turm abbreiten, theoretisch, aber nur... Ach du warst das. Das ist hinter mir. Ich bin in der Mitte. Hier ist es. Jetzt haben wir zwei von uns geholt. Hat nur drei Punkte bisher. Geh mal links auf den Tower. Bin nicht links, ich bin in der Mitte. Ich bin ja gestorben. Ich komme jetzt auch gleich Mitte, aber erst helfe ich hier den einen. Weil der ist fast down und da sind aber zwei, weißt du? Sehr schön. Einen bekommen. Ah, Mittelrain könnte er jetzt. Ja, das geht auch. Mal schauen. Ob ich den Tower... Nein, den werden wir nicht bekommen. Leider. Enten müssen wir weg. Und zwei Möglichkeiten. Entweder deine Karte einbauen. Cool. Ich. Oder auf irgendeine andere Lane switchen. Rechts zum Beispiel. Ist so leer. Ja. Wie wird bald wer kommen. Wo bist du grad? Ich bin auf links. Mach ich mal in der Mitte. Wir kommen zu uns in der Tower. Und rechts fehlt es leider auch. Wo soll ich hin kommen? Ach. Wie du... Kann ich nicht piloten, ehrlich gesagt. Äh. Push auf jeden Fall die Mitte zurück. Ah. Ich dachte, ich hätte verstanden. Komm mal bitte, Mitte. Ich bin jetzt gleich hinter dir. Komm zurück. Ach. Guck mal an wer unser Gegner ist. Er hat etwa vorkommen würde. Das er gibt's. Der war nicht rum. Aber soll er auch. So. Die sind weg. Ich hab die Ulti. Jetzt hab ich das verstanden. Wie man... Scheiß Punkte da bekommt. Hier... Die Kartenpunkte. Der... Äh... Lila... Also der orange Balken da an der Seite. Der ist dafür verantwortlich. Auf der Seite. Links unten, ja. Mhm. Was ist das? Also jedes Mal, wenn ein Gegner getötet wurde, kommen diese Pügelchen, ne? Und... Wenn ein Sammler eben geleert wurde, kommen diese... Pügelchen. Den ist scheinbar. Der Erne ist immer noch in so... Schmarrn-Dschungel. Der Stahl ist nicht fertig. Dann ist er wieder in so... Der ist noch nicht in so... Ich dachte, der Rampage ist hier, der der Stahl ist hier. Der Stahl ist hier. Aber macht er nicht. Ich dachte, er ist noch nicht in so... Das war nicht sicherlich. Entschuldigung. Oder auch nicht. Hä? Was soll denn das? Da guckt der ersten... Das wäre der 6, Kollege. Da kommt der, der noch nicht reinhaut. Jetzt bin ich noch auf der Gegner im Sammler ge... Wir haben nichts gemacht im Sammler, gar nichts. Und der Gegner schaum natürlich, ne? Der lieben Sammler. Es dauert nämlich, muss man schon recht stark sein. Wenn man den Sammler kaputt macht, dass es nicht zu lang dauert. Und... Der volle Ulti und setz dich nicht gegen den Dings ein. Gegen deinen Gegner. Hm. Warum wollen wir nicht? Er steht eigentlich nicht. Ja, wir haben Glück. Irgendwie, weiß nicht. Irgendwas. Glück mit dem anderen. Ich fahre jetzt gleich linke Lane. Ich will das gerade fahren. So, was haben wir denn hier? Ach, jetzt hab ich hier wieder so ein Dings reingepackt. Ich hab's... zwei Karten, die hier gar nicht rein gehören, ey. Und äh... so... so... ich geh jetzt nach rechts. Ich geh jetzt nach rechts. Bist du von der Seite angreifen? Ja, mein Zaul, ich hab's mit der Kerke. Ein enemy hat den Sane. Und der ist, dass er meine Linien am Arsch hat. Die Zelle könnte man abhaben. Ja. Aber der linke Dauer fehlt bei uns. Ja, in der Zeit, nämlich wo wir hier sind. Ja. Vielleicht den nächsten Turm holen. Ja, die haben jetzt gleich auch einen Turm von uns. Ja, ich gehe links, weil... ...die da dann aufhalten. Ja. 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 Ich bin sicher, dass ich ihn da nicht bekomme, man mag. Nein, da müssen wir da einige jetzt gerade. weil leider viel zu viele ja obwohl die haben könnten beide auf dem Weg sein ja, die sprach ich gern weg also das Gideon-Ding macht ja schon gut Damage aber leider habe ich einige erhebliche Fehler bei dem Deck gefunden welche? dass ich Karten mit dabei getan habe die für Gideon gar nicht geeignet sind also fast die Hälfte des Decks ich habe keine Angriffskarten für den dabei sondern nur Live-Karten ach ja natürlich Manage willst du schon, ne? ja, und da ist das Problem aber das ist eine Sache die ich vorher nicht damit gemerkt habe da vorne wäre der zum Abgreifen eigentlich und da habe ich mit drei Kerlen abgefarmt naja da war ich jetzt kann man sagen ein Laubkogel aber ok ja, das ist auch mal eine Option den direkt in der Höhe zu starten den anderen du bist gestorben, ne? jetzt stößt, ja ja aber ich glaube der wird ihn noch kriegen den letzten praktisch ja drei von denen sind gestorben und ich halt vier von denen ja war nochmal ok aber krasse Idee die Antacke in der Luft zu starten also darauf muss man erstmal kommen die Antacke in der Luft starten die greifen jetzt den Turm in der Mitte an ja zwei Tanks ich finde also hier die Unterstützung brauchen Geld für die jetzt dann kommt dann haben wir wieder zwei von denen kaputt gemacht ja, die sind abgehauen irgendwie verschwunden ja, wohin sind wir gegangen? ja, die sind abgehauen ja, die sind abgehauen ich denke da wollen wir nicht mehr Herzbecken bis herzens ist das ein ziemlich ausglichener Kampf finde ich ja ja das ist gut wenn beide Team schlecht sind wenn nicht so fair schlecht, aber wir nehmen beide nicht gerade viel oder wenig, ne? ja vernünftiges AOE also Minion wenn Farman ist von mir nicht die Stärke die Stärke soo, da stehts drei von denen gegen zwei von uns ja wir hauen ab ich verstehe aber ich komm gleich wieder auf diese Lane ja ich kann hier ne ich kann hier ne jetzt reicht ein wenig zu stripern ich hau hier alle weg äh ich kann hier nicht bitte willst du? aber links kommen wir uns drauf ganz lässig sogar das sind zwei Leute und die holen dann uns einen Enhidiker ja wie siehts aus der linken Lane aus? bin ich grad ähm ich würde gleich sagen niemand da ja gar nicht so da braucht man gar nicht herkommen jetzt da hole ich nur eine Welle wir holen jetzt den Strom in der Mitte gut auch in genug ich kann nicht mit bei ihr hier im Dschungel aber was mir auch aufgefallen ist die Jungs hier sind ja gar nicht so verkehrt guck mal sobald die Gegner oder man merkt dass so viele Gegner auf einmal kommen springen sie alle in den Dschungel ne? zack weg sind sie so im Mitteldate da kommen jetzt vier daher also die wohnen den Turm wenn ich den Abnetzverstärkung komm sind dann auf jeden Fall kann sie uns nicht weghalten ich bin ja jetzt gerade eben erst weggegangen weil ich nicht wir waren nur zu dritt und die waren aber immer mehr in der Überzahl wenn die Abnetz vier hintermitte sind dann können wir natürlich auf der anderen Seite könnte man was tun war eigentlich gut so äh wenn wir die Ulti einsetzt dürften die eigentlich keine Chance haben naja ich glaube meine Ulti hat nicht viel gebracht aber jetzt sind die weg na bis sie gemerkt haben da geht nichts weiter ja ja die spielen das ganz gut auch ne ist hier weg hier allein und auf mich kommen zwei Gegner zu soo wo müssen wir jetzt rechts eigentlich weil genau da sind wir auch jetzt versuchen sie es rechts geht links und das nächste was ich sehe das ist ja ah links kommen die rein bei uns ist auch gleich die Melchiviter also dabei ist es ein Bier auf dem hat er mich gekillt gegen das wie konnte er mich denn jetzt noch killen Bisschen hatten wir doch nicht mehr, aber ich habe ein Assist-Programm. So, gleich ist meine Ulke ab. Ah. Glaubst du, wird noch mehr sterben hier? Lustiges Kollege von mir sagte, als er sich meine Paragon-PVP-Videos angeguckt hat, fragte der, du gibst aber ein nettes Kanon-Futter ab. Ich so, ja, aber guck dir das mal an, mein Freund. Dafür bin ich aber, was Dings angeht, bin ich immer der gute Freund des Supporters, kann man sagen. An unseren Linken-Power sind mehrere Minions. Und auch ein Turm ist weg. Wir stehen eigentlich fast im Gleichstand, ey, das ist Hammer. Oh. 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 Mist. Da bin ich bei vier, in der Mitte, dass mehr klar kriegen müsste ich. Alle vier da drin. Ich könnte auf jeden Fall gucken, dass wir Dings kriege... ...durch noch den Turn rechts. Bist du nicht mehr nach Hause? Oder? Oder? Oh... Was? Jetzt? Da gehen... Du brauchst noch auf die Punkteanzeige gehen! ... In praktisch Zeile bis voraus uns. Was? 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 das ist Naja, ich steh schon wieder verkehrt, wirklich. Ja, irgendwas renne ich auch dort rein, ich bin ja selber schuld. Ich sag dir ja, wenn du zurück gehst, komm mal linke Leine, weißt du? Ja, das wird jetzt wirklich weiter in der Elite fertig sein. Also zuerst der Dauer. Aber du brauchst normal auch die Hegel, oder wie das auch immer ist, der Türpunkt der Anzeige. Ich glaub, das ist ja überhaupt eine Inserade gemacht. Ja, das Level 9 kann ich gar nichts mehr ausrichten. Vielleicht halt für Taten eigentlich. Warte kurz auf mich. In 3 Sekunden wieder da. Ich renne wohl hin zum Dauer, ne, links. Tja. Sandra ist natürlich auch froh, oder? Hol den Halt, ne? Ja. 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 Na ja, pushen wir halt die linke Leine, ne? Mal gucken was. Was sollen wir sonst noch machen? Ja, ist halt die einzige Lame, wo die noch einen Tower haben. Über einen zweiten Tower, ne? Ja, gut, wenn wir da rein, aber wir müssen vorsichtig sein in dem Moment, wo die Angriffen wird, die schon auch da sind. Den müssen wir dann bekommen, ganz einfach, in Dauer. Wenn ich jetzt die Tesla-Kuppel machen muss, ja, super. Aber lass zurückgehen auch gleich, weil, wohin auch immer, auf jeden Fall weg von der linken Lange, die kommen sicher her. Und, äh, Dings, lass hier weiter brücken, weil wenn die alle weg sind, können wir jetzt hier den Unibitor, oder den letzten Torben hier erstmal holen. Oder soll man es nicht verwirken, mal schnell, weil... Ich gehe jetzt rechts, weil dort kommen die rein. Den Turm. Dings bleibt nicht so lange dort oben. Nur deswegen nicht hier unten, weil sie gleich zur Tür aufkommen. Ich habe zwei am rechten Torben. Ja, und da ist Rampage. Ja, ich habe noch einen... Bleibt hier. Komm schon, lauf! Ja, kriegt auch noch der Führer. Ja, nein. Geht, warum stehe ich denn so unter der Scheiß? Ähm... Keiner hat eine Warnung, wo das auch rausgeht... Aber ich hab's überlebt. Und der Jungle Attack, der trug so einen mehr auf ihn. Er folgt den einen, der dann kriegen will. Aber nicht er. Was mit der rechten Lane? Wie sieht's da aus? Jetzt ist wieder gut, weil sie unseren Turm kaputt gemacht haben. Warum sind sie da doch weg? Ich lade ihnen genug. Da ist Level 14, ich Level 10, da kann ich nur wieder zurück. Einfach nur tot. Wenn man nun durch in seiner Reichweite bin, bin ich tot. Also jetzt weiß ich, dass es halt nicht von Level abhängt. Es hängt sehr vom Level ab. Ich hab Level 10, wie ich auch immer das geschafft hab, das schlecht zu machen. Aber ich hab's geschafft und damit. Wenn ich jetzt komplett unterlegen hab. Ich hab einen Satz jetzt. Was bin denn? Ich hab einen Satz jetzt erst gesehen? Ich hab auch einen Satz jetzt einfach umschlangen. sonst geopfert, mit der OIT. Hinter dir, Kollege, oder an der Weite? So, wo bist du, du bist Mitte... Mitte, komm ich da. So, das sind vier, und wir sind... Ne, die vier sind oben. Zwei Lebendige und ein Dofer. Die sind oben an der rechten, Dings. Super, gar nicht runtergehen. Und Dschungel. Ja, lass die den einen da holen, das ist nicht der Ding. Hau ab, hau! Da ist Rampage, hau ab! Spring! Hau ab! Dort sind drei, gar nicht. Du sprichst nur von der Mittellin. Eigentlich sehe ich nur noch nichts dort. Und ich bin tot. Weil ich nicht unbedingt umschauen müsste. Naja, sofort tot! Ich sagte ja, der Rampage kam. Hau ab! Alle gegen alle. Auf einen Punkt. Aber ich hab jetzt schon sechs Punkte, die man... Ich hab mich sechsmal... Hau. Aber ich bin nicht der Einzige. Der Benji-Bone ist natürlich auch so. Aber er hat zumindest drei umgebracht. Hau. 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 Ich bin ruhig noch in die Anne. Bin ich sogar umgebracht. Hdie Grache Nobody tatsächlich. Ich hab' denen jetzt so gut gespächt wie möglich. Ich hatte keine attacking ist, nichts mehr. Hab' denen dann noch super überraschungseffekt und hindehalten gekriegt. Dadurch Dass ich dann eben halt da ja das schwarze Loch benutzt hab. Also das Portal. Ich weiß nicht wieso, aber bei der Runde jetzt ruckelt man ins Spiel so ein bisschen. Das ist wirklich zeitweise, das muss irgendwas mit dem Programm zu tun haben. Ja ich glaube das hängt ein bisschen mit den anderen Spielern zusammen. Auf der rechten Lane greifen wir glaube ich wen ab. Ne, ich kann auch nicht mehr spielen. Naja, wo soll irgends einen abhängen? Ich gehe jetzt den Inhibitor da oben links holen. Kommst du mit mir gleich? Oder kommst du hinterher? Welchen Inhibitor? Links? Was? Ja. Moment. Jetzt mal war das Feld gut im Auge behalten. Wir müssen schon wieder in die Mitte. Ja du wunke ich den Inhibitor aufhören. Ja du wunke ich den Inhibitor aufhören. Ja du wunke ich den Inhibitor aufhören. Ja du wunke ich den Inhibitor. Ja du wunke ich den So, jetzt ist nur noch einer in der Mitte. Ja, jetzt kann man die Mitte vergessen. Kannst du mal was durch Strategie toll, was die da machen? Ah ja, so wie sehen, sie kommen in der Mitte nicht weiter. Also wenn zwei schon weg sind, wissen die ganz genau, dass dann eben halt, ne, sie zu dritt auseinander nicht viel ausrichten können. Dann gesehen, sie kommen nicht weiter und wollten sich nicht aufhalten lassen. Ja, das ist richtig gemacht, jetzt sind wir woanders, war immer. Ist eine ganz krasse Strategie, was die Jungs da haben. Wir haben kein Räuer. Und müssen jetzt, ah, da müssen wir eh her, auf die rechte Seite und dort warten, bis wir den Ort nicht mehr reingehen können. Ja. Rechte, muss ich sagen. Die da an der Stelle, wenn die jetzt, das ist bei uns. Müssen wir uns jetzt rechts versammeln, weil da kommt der her. Blöde ist nur, wir haben keinen... Krass, Alter, hat der meine Brüten. Ja, und der hat's gepackt. Das sei nur, ich will. Hammer. Hau ab. Bringt nichts. Kann ich nichts, weil ich zu schwach bin. Ich kann nicht, weil ich gestern bin. Ich frage uns ganz ehrlich, wie sehr haben die uns denn hingehalten? Bitte, die ganze Zeit. Wir müssen uns doch mit Absicht die ganze Zeit hingehalten haben. Und was ist das für ne Ulti ein, Kollege? Gut, spät die Ulti einsetzen. Als die schön auf Distanz waren, weißt du, hätte der Ulti schön Damage machen können, alles, weißt du? Ja. Und so haben wir den Invigorator auch noch... Ah, ja. Ja, du brauchst nur auf die Punkteanzeige schauen, okay, das sagt alles aus, brauchst nur auf die Level schauen, die Differenz, die sind praktisch alle 15, die ja eigentlich 2 Level zurück so, mehr oder weniger, ne, das ist das, naja, 2 Level, 2 Level, da geht nichts mehr, da ist man, da ist man einfach ein Nachteil. Können sie uns verteidigen und angreifen, das ist ja nicht das Ding, guck mal, da oben zum Beispiel der Inviditor, der rechten Lane, ist ja auch schon so geblieben da und, ich sag mal, aber darauf werden die jetzt ihr Augenmerkmal setzen, das ist das, naja, die können jetzt machen, was sie wollen, und wir können nichts mehr tun, wie gesagt, brauchst nur schauen, 2 Level Unterschied, das, da geht nichts mehr, vergessen, die Partei, kannst du jetzt ausrichten, weil die zu überlegen sind, weil die zu überlegen sind, gäbe es nur eine Möglichkeit, wenn man wirklich zu 5, äh, auf, äh, auf, äh, jemanden geht, ich glaube, auf 2 oder 3, aber das besser ist ja nicht, umgekehrt, so, dass die eben, weil wir weit wieder herkommen, ne. Ja, wir haben jetzt nämlich, ne, komm, brauchst du erst gar nicht zurückzugehen, komm, wir pushen jetzt einfach, äh, zu zweit da den einen Inhibitor. Wir können dann nicht, haben da... Ja, mach, ganz ehrlich, macht das denn irgendeinen Sinn, jetzt, da zu versuchen, gegen die, ich laufe jetzt einfach an den Superverse-Zahlen vorbei. Okay. Und dann, äh... Na, ich komm mit. Aber, es kommt ja von uns nicht so. Ja, das ist... Wir können ja da oben gar nichts machen. Aber doch, wir haben doch Fernangriffe. Ja, aber wir brauchen Minions von uns, damit wir da oben was tun könnten. Wir haben Fernangriffe, so. Und damit greife ich die V jetzt an. Okay, ich komm nicht zur Seite. Einfach an den Minions da vorbei. Ach, scheiße. Guck mal, da ist dann das Problem. Ich bin weggerutscht, weißt du, einmal runter und dann, da hau ab. Ja, ja. Du musst das Ganze jetzt, äh, in dem Sinne, so versuchen, wie so ein ständiges, äh... Das Problem an sich, das gerammt Problem an sich, ist einfach von vornherein gewesen, dass, ähm... Wirklich, wenn's... Gegner kamen, äh, wir zwar gut gespielt haben, aber wir haben uns zu wenig getraut, wenn's darum ging, anzugreifen. Und die Angriffe haben zu lange gedauert. Äh, es war auch nie möglich, richtig. Ja. Weil die nehmen wir jeden einzelnen von uns auseinander. Natürlich. In dem wir überzeugt schon daherkommen immer, das geht nicht. Ja, klar. In dem Sinne, jetzt... Kein schlechtes weg, aber... Ich hab auch viele, viele Fehler gemacht, alleine schon beim Kartendeck. Ja, ich hab auch... Ja, ich hab auch...